Die Kindergarten-Mobilitätsbox Die Kindergarten-Mobilitätsbox bietet Hilfsmittel, um Kinder schon früh mit dem Thema Mobilität vertraut zu machen. Denn gesunde und umweltfreundliche Mobilität beginnt schon im Kindesalter. Mit der kostenlosen Kindergarten-Mobilitätsbox können Sie einfach gesunde und umweltfreundliche Bewegung in den Kindergartenalltag einbauen. Die Mobilitätsbox enthält Zwei Bilderbücher Ein Memory Karten mit Verkehrsschildern Figuren mit verschiedenen Verkehrsmitteln Fahrradteile Taschenlampen Reflektoren Und viele Spiele und Ideen. Den Rahmen der Kindergarten-Mobilitätsbox bildet das Begleitheft. Es ist in drei Kapitel gegliedert. So bin ich unterwegs. Ich gehe auf Entdeckungsreise. Und geschickt bewegt. Die einzelnen Kapitel enthalten Anleitungen zu spielen, wie etwa dem Tastkino mit Fahrradteilen, Reise durch den Schilderdschungel, Liedern und Bewegungsgeschichten wie etwa die Reise mit der Wetterfee. Das erste Kapitel behandelt besonders das Thema Mobilität. So sollen Kinder auf die verschiedenen Möglichkeiten der Fortbewegung aufmerksam gemacht werden und zum Ausprobieren angeregt werden. Dazu gehört zum Beispiel das Verkehrsmittel Memory, das sich auch in Kombination mit dem Einsteckwürfel anbietet. Hierzu werden einfach passende Memorykarten oder selbst gemalte Kärtchen in die dafür vorgesehenen transparenten Ecktaschen gesteckt. Die Kinder würfeln dann und setzen die gewürfelte Mobilitätsform in Geräusch und Bewegung um. Inhalt des zweiten Kapitels sind vor allem Spiele, in denen die Kleinen auf Entdeckungsreise gehen und so ihr Umfeld besser kennenlernen. Im dritten Kapitel, Geschickt bewegt, finden Sie verschiedene Bewegungsideen. Mit Seilen, Bällen und Tüchern verbessern die Kinder Gleichgewicht und Koordination. Weiter geht es mit Rollbrettern, Laufrad und Roller und schließlich finden sich Übungen mit dem Fahrrad. Dazu gehört zum Beispiel die Verkehrspolizei. Hier lernen Kinder spielerisch die Funktionen einer Ampel, machen Schneckenrennen, also wer fährt besonders langsam und üben Bremsen auf Kommando. In den Kopiervorlagen gibt es dann Medaillen und anderes wie einen Detektivausweis. Das Begleitheft dürfen Sie gerne behalten, um auch langfristig Mobilität in Ihren Kindergartenalltag einzubauen. Außerdem bekommt jedes Kind die Postkarte Mein Schulweg und das Kinderbüchlein mit Anna unterwegs in den Kindergarten. Damit die Kindergarten-Mobilitätsbox auch bald zu Ihnen kommt, schreiben Sie uns ein E-Mail an office-at-klimabündnis.at oder rufen Sie uns an unter 01 581 5881. Für den Verleih brauchen wir folgende drei Kerndaten. Kontaktdaten wie Postadresse, E-Mail und Telefonnummer, Anzahl der Kinder und Gruppen und den gewünschten Verleihtermin. Die Mobilitätsbox steht Ihnen und den Kindern dann ca. vier Wochen zur Verfügung. Weitere Infos finden Sie auf www.klimaaktivmobil.at Nutzen Sie dieses kostenfreie Angebot und machen Sie Umweltschutz und Bewegung zum Thema. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.